um anscheinend ist mir aber egal der kreis nach was auch das ist der kopf der russländler mit seiner das schulende kommen Die sollen erst mal hier hochkommen, so ungefähr, ne? Ich lege mich mit kleineren Leuten an, die nicht mehr in der Größe sind, die nicht so weit hoch oben sind wie ich. Ich finde gerade ich gerne los. Ja, ich bin auch drauf, um gerade hier loszuwerden. Ich bin nicht hier in Säcke. Achtung, ich habe mich hier versteckt. Die Polizei hat das Geld übrigens auch als Fahrzeug gewählt. Ja, aufsache jeden Wagen schrotten, der hier rumfährt. Ja. Ja, als und jeden Wagen. Ja, wie viel... Okay, ich habe zu Abgehangen. Ich muss da noch abhängen. Alter, ich habe viel Wohlen lassen, du hinter dir. Ein paar viele. Hast du den Bullen mal geholt? Oh yeah. Nee. Ja, weil du da standen, weil die Polizisten hier tot waren. Darf ich mich auch nicht übergeben? Die steht ein... Boah, die steht ein Schrottwagen. Nee, hier. Dann fährt sie jetzt nicht rein. Nee, nee, nee. Versuch mal hier die Abzug... Oh, warte mal. Das hier geht, nee. Alter, was ist denn das hier für'n Kaff, ey? Okay, lol. Und wer geht zum Polizeifahren? Warte mal, kann man hier lang? Kann man hier lang? Nein, ich glaube, ich habe hier ein Versteck gefunden. Okay. Ich weiß aber nicht, ob du die hier abhängen kannst. Du kannst auf jeden Fall hier hin. Also hier auch hoch, wo ich hier bin. Wissen du. Auf der Rheinbahn. Ich habe gerade... Okay. Ich habe aus meinem Spiekskollegen ein paar Sportfahne geholt. Au! Ich bin aufs Gesicht gefallen. Machen wir jetzt... Sind das Sanitäter oder sind das Korps? Ich hoffe, das sind... Oh, lol. Danke für den Sanitäter! Was? Ach nix, ich habe mir gerade einen anderen Sanitäter mal geholt. Ach, okay. Ich stehe da drauf, also. Ja, nee, aber die Sanitäter können auch die Cops rufen. So ist das. Hm, deswegen kriege ich immer... Ja. Wenn ich die Sanitäter töte. Naja, die Sanitäter können die halt auch die Cops auf den Hals setzen. Ups, wie... Ich ruf mal jetzt... Ich ruf mir jetzt, ähm, was an. Sooo... 9,1. Dann 0 verdient, 9,1. Wo bist du denn? Ach, da! Ah, na! Oh, was ist denn ein Roman? Ich hätte gerne mal einen Notarzt. Okay. Gleich kommt ein, ähm, wenn du einigst, das ist Fury. Ja, was? Ein Krankenwagen oder Notarzt. Das ist meiner. Meinst du den? Nee, das ist deiner, ja. Ich hab' ja ihn bestellt. Mach ihn die mit ihren Wagen an. Ja, ihn die mit der rechts... Alter, Duell... Duell Bulle versus Krankenwagen, ey. Klar. Oh! Plop, plop! Warte, warte! Ach, schade. Ich hab' gedacht, ich könnt' dich... Oh la! Warte, komm, komm, komm mit anlaufen und versuch' mich rüber zu jumpen! Versuch' mich mal umzunieten! Also, nein! Lop! Nein, ich hab gedacht, nein, du sollst mal versuchen, mich als Rampe zu benutzen. Dann kriegst du höher. Ja, warte mal, ich muss wieder einen Eingang finden. Ich brauch mal ein schnelleres, ich brauch mal ein anderes Polizeiauto, was Quartes. Ja, wenn ich wüsste, wo gute Rampen sind, wo man geile Distanz machen kann. Wir werden mal was noch auf der Felderrampe hier. Hä? Wir werden mal was noch auf der Felderrampe. Ob hier irgendwo eine Rampe ist? Nein, wir bleiben erstmal hier auf der Felderrampe. Finde ich aber hier ein bisschen langweilig, muss ich ja nicht sagen. Aber es macht jedenfalls Spaß. Polizei gegen... Warte mal, ich muss mal. Muss man hier das Licht anmachen vom Krankenwagen. Ach man, das geht nicht. ich weiß mir... oh... Ich hab ich mal... Ach... Deinemann... Ach, ich hab ich da nicht... Ach, ich hab ich da nicht... Aber ich hab mich nicht einfaches Lösung... Das funktioniert mit derем Götchen, ne? Wir haben eine Frage mit dem Reiter. Wir wissen, warum ist er weiter mit dem Reiter? Blasthier... alle leidete mal warte mal ich will mich um die Polizei hat es ok? was willst du hier holen? die Polizei hat es hier oh je oh schade ich hab aber keinen Hof bist du auch was ist denn so? Nichts mehr, ne, das ist Polizato. Wir machen jetzt mal gleich ein polizeiwesches, ähm, Krankenwagenrennen. Du bist ein böder Krankenwagen-Schmuggler. Und halt die Fresse, Kopf. Bleib stehen, sofort Kopf. Der fällt mir auf einen übeln Haufen, der Wurst. Hallo, wo hast du fahren gelernt? Junge! Bäm, bäm, auf die Fresse. Mann, ich ausrecken, ich sag ich mir wieder los, go, go, go. Hallo, ich will doch, ahhh! Mann! Mein Auto wurde beklagt, nahm. Mein Zion. Hier, wo die wollen Krieg? Die Korps, ja, die wollen schon eher Stress, ne? Die wollen nicht Krieg, also kriegen sie Krieg. Ich hab noch meine Schrotflinte. Du hast ne Schrotflinte? Hm. Was denn? Kannst du hier vorne an den Gebühnen rum? Nein. Nicht? Ja, da oben! Ah, da oben! Noll. Bring mich bitte, 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 zu dem Polizisten. Mal gucken. Oh mein Gott. Ach was. Ach was so gut geht? Ach klar, ich hab eigentlich gesagt, könnte man durchfahren. Wollte ich mal gucken, ob du da runterfällst. Die Stühle braucht keiner! Mhm. Warte, wie der da oben steht! Ja. Oh! 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 Mein Auto! Jump! Oh, saue jetzt! Okay, los! Okay, los! Ich geb dir, wie viel Sekunden machst du Vorsprung? Wie viel Sekunden machst du Vorsprung? Wie viel Sekunden machst du Vorsprung? Das ist wirklich egal. Versuch mich einfach zu drehen. Bei, bei der Masse? Das geht, du kriegst das hin mit dem Bullenwagen. Aaaaah! Hab ich ja gesagt. 25 Punkte, jiffi! 25 Punkte für den Dreher, ja. Okay, naja, wir machen jetzt mal was. Wir, wir, wir nehmen jetzt mal ein Auto, wenn das so weit kaputt ist, also, wenn das so weit, äh, zu klub, bis es kaputt ist, dann nehmen wir das nächste, ne, und jetzt machen wir mal wirklich so Stocker durch die ganze Stadt, okay? Nee, die, die Strecke wird cool mit Stocker. Nee, aber das ist doch doof, weil da kommen ja nicht, da kommen ja nicht so genug Autos dafür. Ja, einfach jeden ins Auto reinzuhalten. Ich hab, ich hab schon ein Auto. Komm, wir machen jetzt bitte so ein Auto, das wir gerade haben, oder? Ja, bis die kaputt sind, aber nicht auf der Ferderrenbahn. Ich hab jetzt gedacht, durch die ganze Stadt! Ähm, ups. Schöne Delle hab ich jetzt hinten drin. Ja, also, bis die Autos kaputt sind, ne? Also, auch Verkehrsautos und so rein, aber, ne? Okay, also, komm, auf die Straße! Ja, lol. Ja. Halt alles, jedes Auto jetzt, jetzt gibt's ja, jetzt gibt's ja, jetzt gibt's ja, jetzt gibt's ja Randale. Yeah! Und du hast mir reinfahren, ne? Du hast mir ganz einfach reinfahren. Also, hinten und so. Oh, ja, wo? Oh, danke für den Dämposchub! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh mein Gott, die Frau! Oh mein Gott, wo ist die Frau hingeflogen? Die ist gefühlt tot. Ach, du Scheimgleiser, die ist da runtergesäbelt. Ich hab die erwischt und die ist von da oben runtergefallen. Auf der Motorhaube liebend. Das ist aber echt nicht, also so. Ja, die Geländewagen nicht haben, weil... die gehen nicht so leicht kaputt. Warte, ich muss auf den, irgendwie auf den Highway. Das ist einfacher. Alter, hau nicht immer das Auto weg. Was ist denn das hier? Ach so, ein LR. Rammig! Yeah! Ich hab, ich bin hier... Und dann hätt ich dir dein Auto, okay. Darf ich mir ein bisschen sagen. Dankeschön. So, das war ein LR. Okay, fahr mir rein, fahr mir rein, fahr mir rein, fahr mir rein! Yeah! Warte, warte. Ich brauche Sperre. Okay. Oh shit, da ist ein Kopf. Verdammt, ich muss zurück. Wo muss ich zurück? Da ist ein Kopf, ich muss drehen. Kein Bock auf Kops. Ich meine aber nicht dich mit dem Kopf, also... Hi! So, gut gedreht, gut gedreht, lol! Ach, jetzt ist da die Kloppe. Gut, die kommt weg! Ja, aber... Mann, wir müssen einfach rein, einfach mit auf! Wir müssen in die Gegend, wo, ähm, die Dings sind. Was machst du? Ich will mir ein anderes Auto nehmen. Das ist ja auch die hier. Da ist die U-Bahn-Kloppe. Willst du die U-Bahn-Kloppe machen? Was? Die U-Bahn-Kloppe ist dank Sport. Okay, mach mir hier eine U-Bahn-Kloppe. Muss ich gucken, wo es reingingen. Ne, hier nicht. Warte, ich muss drehen. Mann, ich will jetzt dieses Fahrzeug haben. Ah, na toll. Ich habe ja gesagt, er will den Ghostfire. ALTER! Warte, ich muss jetzt hier links rein. Hier geht es rein. Und ich komme durch mit dem Krankenwagen, ja gut. Ich habe hier der Gas, gewohnt vom Kopf kommen. Hui, oh Gott. LOL! Oh nein! was war durch war durch aber ich kann 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 ziellos irgendwie durch die Stadt fahren ja ja kann ich hier lang ja gut man muss auch nicht in den Rohren lang fahren aber nicht ist die Kloppe gleich da noch und nicht weg ist es bohren ah ne ist noch da gut neun 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 ja warte Achtung ich sag schon mal so meine Freunde mal schauen ob ein gewisser KI da steht und ich sehe nein der KI steht da nicht also er stimmt nicht hier vorne das ist aber schade neun ja komm hier hin komm hier hin na hier rüber an den Pfosten ist sicherer ich geh mich immer zu dir ja du musst dich an den Pfosten stellen da hast du gute Deckung ja ja lauf da hinten zum Pfosten auf dich stell dich so hier hin so hm da drüben zu dem da hast du mehr Deckung so hier auch hier auch lol da vorne da vorne da vorne da vorne da vorne einmal ja da ist ein KI zweimal Alter ich krieg damage wo ist der Alter wo ist denn der da 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 sind hab ich ey Alter 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 was hat denn der wieder für'n Ding Alter was hat denn der wieder für'n Ding wo kommen die jetzt wieso kommen die jetzt denn das von da what the fuck Alter oh da witzig beim labern ne oh fuck Alter Alter was beim labern den hab ich ich hab den ein Typ beim labern erwischt da oh oh direkt ins Gesicht der ist schön umgefallen Hallo und tüß Alter den hab ich direkt im rüber weggehauen krass der lästige der mich was das waren schon alle kann sein dass du die meisten geholt hast dir nö ich hab ein paar geholt ich hab nur sieben ich hab acht ich hab sechs mit ich hab sechs von sieben mit der Endshot krass